ist was zur Hölle da hast du es du scheiß Pisse alter erstmals schon ein bisschen Cockpit Camp er hat Cockpit haha er hat Franzose gesehen ja ein Stelzenbomber auch weiter der Stelzenbomber aber hier ist nicht sehr stark meiner ich hab nicht mal geschossen ja ich hab trotzdem gesagt meiner AX Freibier Freibier okay die Franzosen müssen ein Freibier okay ja okay Alte das ist doch nicht mehr normal wie viel die Schlucken ich hole der SFL raus klick 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 ha ha ich bin von hinten gekommen ha ha gemessert Mann ey so so ist erstmal geschützt und alles holen und 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 was bekomme ich Munition auch das ist doch nicht mehr nicht mehr zu tun die kurze die 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 das finde ich ganz okay zu wem fragt der denn One vs One ach so zu dir zu dich ich fragte Holograf Holografisches Visio hat für meine Skogha Jojo so ist das ich spiel kein eins gegen eins wenn ich weiß das ist ein Franzosen host das ist aber echt so wenn ich host bin dann regt es sich auf dass bei ihm leck wenn er host ist dann spiel ich nicht mit ja einfach aus Prinzip ja das ist echt so was machen wir jetzt morgen eigentlich aus Frankfurt Prozent Kino sonst hat es jetzt 4 auch so 4 also hat natürlich hier alle natürlich zusammen ist Kino und dann laufen wir Mäckes und Saturn halt und so ja vor dem Weg ist ja du brauchst Mäckes es ist ja nicht erst neu bei uns also hier im Ort bei dir im Ort ist ja ein Mäckes gebaut worden ja ja ich weiß den kenn ich ja auch und weil du ihn kennst geht es jetzt nicht mehr hin ja genau naja okay den da in Frankfurt den kenn ich auch aber ist ja egal ich weiß ich nicht es gibt viele Mäckes 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 wie heißt denn die Mehrzahl von Mäckes 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 okay ich weiß wie ich die Folge nenne wie heißt die Mehrzahl von Mäckes Mäckes EIN MEGGES EIN MEGGES EIN MEGGES EIN MEGGES NEIN MEGGES ZWEI MEGGES DRII MEGGES VIR MEGGES halt ne Meckes halt genau so wie mit Jonny ich hab mich gerettet nee du hast mich nicht gerettet hab ich den Kegel fladert ja hast du ich finde das Wort fladern voll cool das kommt aus dem Österreich glaub ich was du 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 Judenbock Nein, Johnny Na okay, ist ja noch schlimmer, ja, stimmt ja Also, ihr könnt froh sein, dass ihr nicht Johnny kennt Haha, echt sowas Jules, wie würdest du Johnny mit einem Wort beschreiben? Das einfachste und schnellste Wort ist behindert Ich würde Sonderling sagen Ja, aber er ist behindert Ja Hm, dürfte klappen Alter Und Jaguar ist in unserem Team gut Nein, es fällt nicht Scheiße Das ist die Vorräte Wenigstens mein Stealthbomber Hä, du hast mehr Ach ja, du hast ja geschützt so ein Vogel Ich verstehe das Rezept Ich bin Stealthbomber hier auf der Map richtig steu Boah, ey, dann töte ich mich selber, ey Er messert mich Ich geb ihm 5 Burst mit der Farmer Nur weil er Pille hat Er messert mich Ich geb ihm 5 Burst mit der Farmer Nur weil er Pille hat Oh, ey, wie ich die Aaaaah Gerade mal kurz gespawn-Wave rasiert hab Also es geht nicht Ich bin mit einer Vertrohung Don't knife me, bitch Woah Woah Aaaaah Mom, mom Waaaah WHAT Notfallabwurf Hammer geil Da wache ich Sprain-Avcom Ja Äh, kannst du den Rest haben Natürlich nicht Ein, ey Egal Läuft wieder gut das Match Oh, dann hat der Pille Ja Da hab ich zu lange gebraucht Meine Granate zu schmeißen Ja, ich kletter hoch und dann kommt der Gegner Ist immer so bei mir Okay Zieh Oh, zwei Gegner Ja, okay Ich bin tot Aber okay Von hinten Von hinten Jujus Der sieht mich aber nicht Man, ey Da ist einer über Wie er einfach runtergeklappt war Aufklärungszone online Einfach so Ja, ich hab Lars Kill gewandt und der war geil Wir haben Wir haben Fast den komplett gleichen Score wieder Ja Na, jetzt können die Franzosen quitten mit zwei 16 Ja, ist echt so Ich hab keine Lust auf diese Map Ich hab keine Lust auf diese Map Auf welchen Map? Oh ja, dann stimme ich auch nochmal für den Wechsel Äh Du Mongo, ja, halt's Maul Waut 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 Auf Waut Waut Ja, waut Ja, wartet Oh vs, W Bye Soja Dann ich probier's trotzdem Ja, jetzt könnt's vielleicht Na, mord Erbaurs Geg Oh, ich Mistressbododa bei R срав nein wer hat konnte es nicht einer aus unserer klasse nein ich kann es nicht mehr ich kann ja mal okay ich bin betreten mit zwei los mw2 ist cool aber das mit dem join ist irgendwie scheiße ja nee die Prozent m die Trotz die Trotz die Tränen ist die Petrus auf die rechte Seite der Rest auf die Linke aber er kostet auf die Rechte und führt und für aber englisch war heute gut ja englisch war ganz Wir haben wieder nicht gearbeitet. Ja, natürlich, Englisch schlimmste Lehrer ever. Kim Klaus. Kack. Das geht ja netter. Ach, MW2 ist scheiße. Wir zogen auf das Join-en, Julius. Also Leute, ich sage jetzt einfach mal tschau. Ich habe jetzt keine Ahnung genug aufgenommen. Erstmal kurzzeitig. Ja, tschau.